Columbia Pictures präsentiert Ihnen einen absolut unwichtigen Film. Einen Film, der absolut keine sozialen Werte erfüllt. Einen Film, der nicht fünf oder drei, sondern absolut keinen Oscar erhalten hat. Einen Film, der mit Größen wie Bergmann, Fellini, Spielberg oder Lucas absolut nichts zu tun hat. Einen Film, den die Kritiker Amerikas einstimmig ein bewegendes Werk nannten. Das ist... Hard Buddies Dieser Film zeigt Ihnen, was Begriffe wie Hard Buddies, BBD und Wuss wirklich bedeutet. Hard Buddies beantwortet wichtige Fragen. Der wird Ihren Wortschatz erweitern. Entdecken Sie die Wunder der Natur. Hard Buddies. Hier lernen Sie, wie man sich die Zeit vertreibt. Hard Buddies ist voller feinsinniger Dialoge, Verschwenderischer Kostüme. Unglaublicher Spezial. Hier noch eine wichtige Mitteilung. Der Film dauert ungefähr 90 Minuten, falls Sie es so lange aushalten. Hard Buddies wurde auf richtigem Filmmaterial gedreht, genau wie E.T. Und die freiwillige Filmselbstkontrolle bestätigt, es sei der beste Film, den Sie an jenem Nachmittag gesehen haben. Wenn Sie dieses Jahr nur einen Film sehen wollen, dann müssen Sie diesen sehen. Hard Buddies. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, wissen Sie nicht, was Sie verpassen.